Herzlich Willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel Revolution von 1848-1849 im Zusammenhang mit dem Thema Neuzeit. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspielen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Die Revolution von 1848-1849 Die Zeit zwischen dem Wiener Kongress, der daute von 1814 bis 1815 und der Revolution von 1848-1849, wird als sogenannte Biedermeierzeit bezeichnet. Dem auf dem Wiener Kongress beschlossenen Prinzip der Restauration folgend, versuchten die europäischen Herrscher wieder absolut zu herrschen und jegliche politische Opposition und abweichende Ansichten zu unterdrücken. In mehreren europäischen Staaten kam es im Verlauf des Jahres 1848 und 1849 zu gewaltsamen Aufständen gegen die bis dahin herrschenden Fürsten und deren Regierungen. Nach anfänglichen Erfolgen der aufständischen und vorläufigen Zugeständnissen der Machthaber, wie zum Beispiel die Durchführung von freien Wahlen, konnte in den meisten Staaten durch massiven Militäreinsatz die vorhergehenden Herrschenden ihre Macht zurückgewinnen. Eine der wenigen Verbesserungen, die in der Habsburger Monarchie auch nach den Revolutionen erhalten blieben, war die sogenannte Bauernbefreiung, die ein endgültiges Ende der Abgabenpflicht der Bauern gegenüber den ehemaligen adeligen Grundherren bedeutete. Der in der Revolution von 1848-49 vertretene Wunsch nach einem eigenen Nationalstaat erst mit der Gründung des Königreichs Italien 1861 in Deutschland mit dem Entstehen des Deutschen Kaiserreichs 1871 und in anderen Ländern zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg, der von 1914 bis 1918 dauerte. Erst mit dem Zerfall der Habsburger Monarchie. In manchen europäischen Staaten erkannten die Herrscher, dass sie auf Dauer die Anliegen der Bevölkerung nicht ignorieren konnten, sondern diesen gerecht werden mussten und leiteten mit der Zeit notwendige soziale und politische Reformen ein. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema der Sezisionskrieg bzw. Bürgerkrieg in den USA.